Ah, hier geht's weiter. Na, ihr seid aber... ...nuch zwei. Schade. Sehr schade. Hoch. Jetzt steht ihr mir gerade im Weg. So... Ja... ...bist du blöd? Du stehst ja im Feuer. Na gut. Wenn es so... ...nicht so heiß macht... ...komm ich nicht so hoch. Oh no. Hm. Ah. Das läuft ja wieder wie gespielt hier. Oh... ...komm ich mir dringen. Also locker. Oder? Was sind denn meine Freunde? Was? Wie fein macht ihr das? Wir müssen aber noch ein bisschen... Was? Warte da oben schon mal auf, das ist eine gute Idee. Oh ne, jetzt bist du aber echt im Weg. Was ist das? Ach, so, habt ihr gehört? Ich hab mich gestreckt und gereckt. Ja, da seid ihr ja fein. So, ich glaub, wir haben das Gebäude schon infiltriert. Ach, da liegen ja schon wieder so eklige Leichen rum. Was für ne Kackenwelt hier. Oh! So, da sind Sie in der Karte, unter Warn 7, bis sie 20, bis sie 158. Und noch ein Karte ist? Ja, da sind Sie die Karte. Oh, der kann ich nicht so sehen. Oh, es ist? mhm So, schon mal ein paar Leute aus dem Weg geräumt Huch, hier sind aber dunkel Gibt's denn hier auch einen Aufgang? Zu diesem Turm? Ne, natürlich nicht Mist Tja, so sollte es eigentlich nicht laufen Das muss ziemlich übel sein, von unten gegen die Eier geschossen zu bekommen So Ich hab zwar nicht mehr viel Energie, aber Aber die Geräusche, die die machen, finde ich echt lustig So, aber jetzt ziemlich, ziemlich schlecht sieht's ruhig aus Nein Das darfst du viel Spaß haben Aber hier ist es noch nicht Wie geht es? Ich bin hier So, auf in den Kampf. Auf in. Mist. Abfallant. Die Munition. Hm. Das war's für heute. Nee, das war wohl nix, das war aber überhaupt nichts. Was ist das scheiß Ding? Was ist das? Was ist das? Oh, ach da oben sind noch die Typen. Was ist das? 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 Oh, ich hab gerade mehr, die Scheiße. Ah. Ah, jetzt sind da auch noch zwei. Ja, wie soll man das denn bitte schaffen? Wo muss ich überhaupt hin? Trotz, was ist das? Ja, genau. Oh. Oh. So. Oh. Wo komm ich denn jetzt hier verdammt noch weiter? Wo komm? Okay Munition